Welch herrlicher Tag für eine Hochzeit! Rick! Nick! Danke, dass du gekommen bist. Es bedeutet mir und deiner Mutter sehr viel. Ja, das kann ich mir vorstellen. Nick, das ist Walter Bynon, der Friedensrichter. Er nimmt die Trauung vor. Walter, schön, dass ihr so kurzfristig einrichten konntet. Was ist mit euch? Es ist meine Uniform. Ist es wegen meiner Uniform? Ich stehe. Gefällt sie euch etwas? Ach, was? Nein! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Du bist so wunderschön Was ist denn das? Bist du das? Bist das wirklich du? Ja, aber ich verstehe nicht, wie es dort hinkommt Bitte, Rick, tu doch halt! Was denn? Soll ich etwa hinlaufen und es abreißen? Nick hat es doch schon gesehen Das ist ein Werbefoto für Brooks Bedroom Aber ich habe es nicht autorisiert Es sollte nicht verwendet werden Dann muss wohl jemand diese Info nicht bekommen haben Stephanie Sie und Rich haben darauf bestanden, es zu verwenden Das ist Rich? Verdammt Nick! Nick! Nick!